Die Geophysik ist ein Teilgebiet der Geowissenschaften und gleichzeitig der Physik. Sie erforscht die physikalischen Eigenschaften und Vorgänge der Erdkruste und des Edinnern, umfasst aber im weiteren Sinn auch die Physik der Ozeane, der Atmosphäre und der Planeten des Sonnensystems. Sie beschäftigt sich dabei vornehmlich mit natürlichen Erscheinungen und Vorgängen der Erde und ihrer Umgebung, sowie mit technischen Aspekten und geophysikalischen Karten, Teilbereiche. Die Geophysik lässt sich nach unterschiedlichen Kriterien in weitere Teilgebiete untergliedern. Je nach gewähltem Kriterium ergeben sich unterschiedliche Untergliederungen, deren enthaltene Teilgebiete sich teils überlappen können. Ein solches Kriterium zur Untergliederung ist die räumliche Aufteilung der Erde in mehrere Sphären, auf deren Erforschung sich verschiedene Teilgebiete spezialisiert haben. Die Physik der festen Erde oft auch als Geophysik im mengeren Sinne oder allgemeine Geophysik bezeichnet. Dieser Bereich gliedert sich wiederum in folgende Teildisziplinen. Geophysikalische Prospektion, die Hydrologie oder Physik der Hydrosphäre, die Meteorologie oder Physik der unteren Atmosphäre, die Aeronomie oder Physik der hohen Atmosphäre oder Hochatmosphäre, die Planetologie als Verallgemeinerung der Geophysik auf andere Planeten. Alternativ lässt sich die Geophysik auch nach den verwendeten Forschungsmethoden und deren Anwendungsbezug untergliedern. Diese Untergliederung wird besonders häufig auf die Physik der festen Erde oder allgemeine Geophysik angewandt, wobei sich die folgenden drei Teilbereiche ergeben. Die theoretische Geophysik befasst sich mit den mathematischen Grundlagen der Geophysik und deren Anwendung zur Simulation geophysikalischer Vorgänge. Einige typische Themen der theoretischen Geophysik sind die Strömungsmechanik, die Potentialtheorie, die Wellengleichungen oder die Geodynamik. Die experimentelle Geophysik befasst sich mit Laborversuchen. Häufig geht es dabei um die Untersuchung von Materialeigenschaften unter Bedingungen, wie sie im Erdenern herrschen. Handelt es sich bei den untersuchten Materialien um Gesteine, so nennt man diesen Forschungszweig auch Petrophysik. Ein typisches Beispiel wäre die Bestimmung der Schallleitfähigkeit verschiedener Gesteine unter hohem Druck in einer Materialpresse. Letztlich wird manchmal auch die numerische Simulation der experimentellen und nicht der theoretischen Geophysik zugeordnet. Die angewandte Geophysik befasst sich mit der Erkundung des Untergrundes mit geophysikalischen Messmethoden für praktische Anwendungen. Am bedeutendsten ist die Exploration zur Suche von Rohstoffen wie zum Beispiel Erdöl, Wasser oder Erzen. Auch die Auffindung geeigneter Entlagerstätten, die Untersuchung von Deponien und anderen Altlasten, die Baugrunduntersuchung und die Untersuchung des Untergrundes zu Zwecken der Landwirtschaft fallen in diesen Bereich. Letztlich werden Methoden der angewandten Geophysik auch für akademische Fragestellungen insbesondere in der Archäologie eingesetzt, werden geophysikalische Erkundungen nicht von der Erdoberfläche, sondern von einem Bohrloch aus durchgeführt. So spricht man von der Bohrlochgeophysik, einem weiteren Unterbereich der angewandten Geophysik. Da sich die Geophysik vornehmlich mit jenen Gebieten der Erde befasst, die für direkte Messungen nicht zugänglich sind, werden oft Verfahren der Fernerkundung eingesetzt. Diese laufen meist darauf hinaus, dass ein physikalisches Feld nahe der Erdoberfläche ausgemessen wird, um es dann mit mathematischen Methoden in die interessierenden Tiefen- oder Höhenbereiche zu extrapolieren. Die Details der angewandten Mess- und Auswertungsverfahren variieren stark je nach der untersuchten Messgröße dem beobachteten Frequenzbereich und der dabei auftretenden grundlegenden Feldcharakteristik. Insbesondere die Feldcharakteristik hat großen Einfluss auf die verwendbaren Auswertungsverfahren. Daher seien hier einige typische Erkundungsverfahren der Geophysik nach der zutreffenden Feldcharakteristik aufgeführt. Gravimetrie, Diffusionsverfahren, Very Low Frequency, Bellenverfahren, Georadar, Sonderfall, Radiometrie, Fachverbände. Die globalen Forschungsagenten der Geophysik werden im Rahmen der EUGG und ihren sieben Assoziationen koordiniert. Die weltweit größte geophysikalische Gesellschaft mit Schwerpunkt im akademischen Bereich ist die American Geophysical Union mit über 58.000 Mitgliedern. Der größte Dachverband angewandter Geophysik speziell der Rohstoffsuche ist die Society of Exploration Geophysicists mit ca. 28.000 Mitgliedern. Die Deutsche Geophysikalische Gesellschaft ist mit ungefähr 1.000 Mitgliedern der größte deutsche geophysikalische Fachverband. Studiengänge Geophysikalische Studiengänge werden nicht an allen Universitäten angeboten. Die Schwerpunktsetzung unterscheidet sich zwischen den einzelnen Hochschulen hinsichtlich geophysikalischer Fachbereiche. Manche Hochschulen bieten Geophysik als eigenständiges Fach an und andere Geophysik als Studienrichtung bzw. Schwerpunkt in den Studienfächern Geowissenschaften oder Physik. Die Anteile an geophysikalischen Inhalten können sich dabei unterscheiden und sind an der jeweiligen Hochschule herauszufinden. Zu beachten ist, dass ein Master Geophysik nicht zwangsläufig mehr geophysikalische Lehrveranstaltungen beinhaltet als Z. B. Ein Master Geowissenschaften mit Studienrichtung Geophysik. Folgende Hochschulen in Deutschland bieten geophysikalische Studiengänge an. R. W. Th. Aachen B. Sc. B. Sc. M. S. C. M. S. C. M. S. C. M. S. C. Georessourcenmanagement M. S. C. Der Geologischen Wissenschaften Schwerpunkt Geophysik Technische Universität Berlin B. S. C. M. S. C. M. S. C. Geotechnologie Schwerpunkt angewandte Geophysik Rheinische Friedrich Wilhelms Universität Bonn B. S. C. M. S. C. Physik der Erde und Atmosphäre Technische Universität Braunschweig B. S. C. M. S. C. Physik mit Vertiefungsrichtung Geo- und Astrophysik Universität Bremen BSC, MSC, MSC, Marine Geosciences, Ruhr-Universität Bochum BSC, MSC, Geowissenschaften, Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main BSC, MSC, Geowissenschaften, Schwerpunkt Geophysik, Technische Universität Bergakademie Freiberg BSC, MSC, Geophysik, Georg August Universität Göttingen BSC, MSC, Physik, Forschungsschwerpunkt Astro und Geophysik, Universität Hamburg BSC, MSC, Geophysik, Friedrich Schiller Universität Jena BSC, MSC, Geophysik, Karlsruher Institut für Technologie BSC, MSC, Geophysik, Christian Albrechts Universität zu Kiel BSC, Physik des Erdsystems, MSC, 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 Climate Physics, Meteorology and Physical Oceanography, Universität zu Köln BSC, MSC, Physik der Erde und Atmosphäre, Universität Leipzig MSC, Geowissenschaften, Umweltdynamik und Georisiken, Ludwig Maximilians Universität München BSC, MSC, Geophysik, Westfälische Wilhelms Universität Münster BSC, MSC, Geophysik, Universität Potsdam BSC, MSC, Geowissenschaften, Wertiefungsrichtung Geophysik.